hallo liebe kinder und hallo eltern heute begrüße ich euch zu einem liedwettbewerb und als erstes haben wir einen gast einen star gast es ist ja das ist das huhn und das huhn möchte ein lied singen für euch welches lied möchtest du singen der 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 mai wie der mai der mai ist gekommen nein 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 und die bäume schlagen aus nein 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 die sollen nicht schlagen schlagen ist böse doof nein ich sing das lied vom mai ja sag ich doch der mai ist gekommen nein vom mai ja der ist bald da jetzt haben wir april aber bald kommt der mai nein sie dummkopf vom maikäfer ach vom maikäfer ja dann fangen sie mal an maikäfer flieg pass auf wenn ich dich krieg dann es sich dich und macht dich auf und macht danach einen dauerlauf mai käfer flieg aber ich kenne das anders aber trotzdem vielen dank frau henne und schön dass sie da waren tschüss bis zum nächsten mal tschüss liebe kinder tschüss ja das war der erste gast und die nächsten gäste ja die kommen in den späteren stücken dran und zum abschluss noch ein bisschen werbung wie das immer im fernsehen ist da muss die kamera ein bisschen nach oben schwenken ja jetzt sehen sie das gut und damit verabschiede ich mich von euch tschüss liebe kinder bis zum nächsten mal euer norbert das maskott gottchen ratet mal von welcher mannschaft nicht von fc köln haha